Da liegt ja eh noch kramt auf dem Zerbieren. Aua! Hast du gerade gesehen, wie tief dieser Vogel geflogen ist? Nein. Sind das denn dieselben Gegner wie vorher, oder was? Ja, die heißen nur anders. Norbert, Hugo. Genau. Banz, Banz. Kannst du sie von hier außen versuchen, oder? Kannst du sie da durchkommen lassen? Ich glaube, erstmal müssen wir näher ran, oder? Ich gehe erstmal vor und verattackiere sie mal. Und dann können wir sie ja kommen lassen. Warnung! Feinde in der Nähe entdeckt! Hier von links sind auch welche, ne? Von links sind auch welche, ne? Hallo? 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 Die kommen auch noch auf uns zu. Ja. Schatz, Schatz. Seid ihr da? Ja. Ja, das ist doof. Ja, das ist doof. Sollte ich jetzt auf meinen... Das waren ja auch meine Male, ne? Das waren ja auch meine Male, ne? Ja. 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 Sollte ich jetzt den Barack uppern? Ja. 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 Ich mache eins, oder? 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 Ich mache es, oder? Ich mache eins, oder? Ich mache eins, oder? auch man ja der ist um uns rumgekommen ja 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 Ich kann ihn nun nicht mehr gehen, ach schön. Hier links steht eine Kiste, ne? Also da wo die Gegner alle herkommen. Der Kiste ist der Kiste. Die Stift sind die der Kiste, die sind der Kiste. Das hat die Schöne macht. Die Kiste ist der Kiste. ja doch der letzte schießt wieder einer von hinten wollte ich nur sagen feinde im anmarsch es kommt doch jetzt wieder auffüllen so ich bin aufgefüllt ist das so ruhig hier komisch er was ist denn die los durften wir nicht zum auffüllen gehen müssen wir erst wieder woanders hin da kommt wieder was die gehen vor uns weg ok sie kommen wieder zurück jetzt haben sie mich gesehen aha ach du scheiße danke auch immer den erschossen hat sie schützen damit ihr eigen ja ja Da ist aber jetzt wieder alles voll dahinten, ne? Wo denn? Echt? Geh weg, du blöd Mann! Ey, dieses Arsch doch dieses Gnüde hier, ne? Den brauch ich nicht! Geh weg! Hey, weg da, zurück! Weg! 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 Wann ist er so gekämpft da draußen? Was? Was? Hier kommt der Boss nicht, ne? Aber ihr könnt uns doch nicht einfach nur dafür bestrafen, was die wieder aufgeladen haben. Ach, Quatsch. Na, das kann man nicht. Aber er ist weg. War er vielleicht dabei? Nö. Ich glaube, das hätten wir gemerkt. Ne, wir haben ja auch keine Belohnung gekriegt. Und keine Meldung, dass der Einsatz abgeschlossen ist. Bei mir steht Mission wählen. Ja, ja, er wird auf der Karte nicht mehr angezeigt, ne? Soll ich mich mal in die Basisporten und mal sehen, ob man den noch annehmen könnte? Oder ob der abgeschlossen ist? Mhm. Ja, komm, wir machen hier, werden wir ja sowieso nur wieder gekillt, ne? Ne, aber dann komm ich wieder zurück. Ach so. Falls da was ist. Warte mal, ich geh mal eben hin. Was kommst du denn da? Du tust ihm ja weh! Hör mal! Tuna, wir gehen hier ins Zelt! Verstecken wir uns! Verstecken wir uns! Komisch. Mal, hier konnte man doch zur Seite noch. An den Beinen hier zieht es wieder, ne? Das ist unglaublich. Ja. Ja. Tut mir leid, Agent. Nichts für Sie da. Ne, ist nicht abgeschlossen. Es, pardon. Ich hab doch dafür bezahlt. Du wirst dafür bezahlen. Warte mal, ich gucke nochmal. Was machst du denn da? Hat er denn meine, meine Kohle abgezogen dafür? Wo fand ich das? 37, doch, hab ich jetzt nur noch Zieldaten. Ja, ja. Hat er mir die abgezogen. Betrug! Unspiel war das Spiel. Da kommen wieder welche. Ich verstehe es nicht. Wochenaufträge. Vielleicht war der Typ sein Geld nicht wert. Ich komm erst mal wieder zu euch. Kann man das auch im Safe-Haus annehmen? Irgendwas? Komisch. Oh, gut. Machen wir noch ein bisschen Sightseeing. Oh, ist auch schon füllen. Wollen wir mal eine halbe Stunde gucken, wie das andere Spiel ist? Ja, los. Okay. Hier stehen bleiben. Oh, da hinten leuchtet was grünes, Dona. Das muss ich mir eben noch holen. Da oben hatte ich vorhin einen Sniper gekillt. Scheiße, verdammt. Wo ist der? Einsamer Heldhahn. Ich brauch kein Mensch. So. Okay. Okay. Ich geh in das nahegelegene Safe-Haus, damit es nicht so lange dauert. Und dann geh ich auf. Hier stehen bleiben will ich nicht. Dann werde ich hier wieder geboren und gleich attackiert. So. So. Und. Du wirst doch ins. Verlassen. Automatisch ins nächstgelegene Safe-Haus, glaube ich, geportet, ne? Wenn ich sterbe, ja. Sie betreten einen sicheren Bereich. Wenn ich das nächste Mal wieder an bin, dann... Ja. Bestimmt. Safe-Haus. Homefront Revolution. Spielkarte.